Liebes Publikum, Sie waren nicht nur geduldig, Sie hatten auch Verständnis für unsere Art von Musik. Ich bedanke mich bei unserem Solisten Eugen Zitzerow. Ich bedanke mich vor allen Dingen, was Sie vielleicht verstehen, bei unserer Band, die klasse gespielt hat. Schönen Dank. Und wir beide haben nichts verabredet, was wir spielen. Er hat nur zu mir gesagt, The Autumn Leaves. Ich probiere es. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank.